Untertitelung des ZDF, 2020 Und dies ist sein Hausarzt Eines Tages zogen all diese lieben Menschen aus, um von New York nach Kalifornien zu fahren In einem Krankenwagen mit einem Schnitt von 220 Sachen Aber sie sind nicht die Einzigen, die nach Kalifornien rasen Das ist nämlich das berüchtigte Canna-Ball-Rennen, Amerikas illegaler Grand Prix Es ist unwichtig, wie man da hinkommt Es zählt nur, wer als erster da ist Bert Reynolds ist der Titelverteidiger Zu seinem Team gehören Fahrer Fawcett Sind Sie auch einer von diesen Rennfahrern? Ich tue nur so Tom DeLuise als Käpt'n Chaos Und Jack Ilem Und das ist die Konkurrenz Dean Martin Du dumme Sau, hast einen Fahrer vor dir Außerdem fahren wir ein Rennen Und Sammy Davis Junior Hey du Kurzer, woher hast du den vielen Schmuck? Nach links? Nein, nach links Mel Tillis und Harry Breccio Und Jackie Chan Und Roger Moore, der sich selbst spielt Ich bin Roger Moore Wieder Roger Moore Wir haben's eilig, Pater Die Patientin muss dringend ins Krankenhaus raus Sie sind rücksichtslos und kennen keine Skrupel Dann werde ich ja gleich mal eine Ölung verpassen Sinnlos, sie ist Buddhistin Tabus gibt es für diese Männer nicht Feuer Sie sind schnell, tollkühn und sie lieben die Gefahr Auf dem Land Auf dem Wasser Und in der Luft Sie machen alles Ergreifen jede Chance Und nehmen nie ein Blatt vor den Mund Ich hab sie nicht richtig verstanden Du Käsemilbe, als ich dich angerufen habe, bin ich über 200 gefahren Nichts kann sie aufhalten Ich war mir nicht bewusst, die Geschwindigkeit zu übertreten Irren ist menschlich, aber 210 in der Stadt? Jeder will dieses Rennen gewinnen Wir sehen doch gut aus, Junge Rütt doch mal drauf, Mensch Auf dem Highway ist die Hölle los Ein heißer Film Schnallen Sie sich in Ihrem Kinosessel fest Wenn auf dem Highway die Hölle losgeht Das war doch Perfekt Genau Auf dem Highway ist die Hölle los Die Hölle losgeht Bege Untertitelung des ZDF, 2020